Wenn du als Hochzeitsfotograf oder Filmemacher jetzt für die aktuelle Saison noch nicht ausgebucht bist, dann machst du definitiv etwas falsch. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Gerade in diesem Jahr sind die Bedingungen natürlich ganz anders als die letzten Jahre, denn wir wissen alle, was für zwei Jahre hinter uns liegen, wie viel durch die Einschränkung einfach nicht möglich war und der Bedarf für Hochzeitsfotografen und Filmemacher war nie höher als jetzt. Denn ihr wisst selber, wie viele Paare da draußen jedes Jahr wieder heiraten und auf der Suche sind nach einem passenden Fotografen oder Filmemacher. Und genau diese Brautpaare haben die letzten zwei Jahre eventuell gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt, groß zu heiraten, so wie sie es sich immer gewünscht haben. Das heißt, man könnte sagen, im Markt ist so ein kleiner Stau entstanden. Und dieser Stau wird natürlich jetzt teilweise nachgeholt. Klar, es gab einige Paare, die gesagt haben, gut, dann heiraten wir unter den Bedingungen vielleicht in etwas kleinerer Form und holen das in fünf Jahren oder zehn Jahren nochmal nach. Oder es gibt die Paare, die gesagt haben, nein, wir schieben das Ganze so lange, bis die Hochzeit genauso stattfinden kann, wie wir uns das vorstellen. Und zusätzlich kommen ja noch die Paare dazu, die ohnehin vorhatten, dieses Jahr groß zu heiraten. Das heißt also, der Bedarf war nie größer als jetzt gerade. Und wenn du es noch nicht geschafft hast, bis zum heutigen Tag für das komplette Jahr für Hochzeiten ausgebucht zu sein, dann machst du definitiv etwas falsch, denn du warst offensichtlich unsichtbar. Zu dem Zeitpunkt, wo die Brautpaare dich am meisten gebraucht haben. Das heißt also, entweder deine Online-Präsenz war nicht richtig ausgebaut, keiner wusste so richtig, dass du da bist. Also das heißt, du bist so ein bisschen unsichtbar und niemand wusste, wie er auf dich zugehen kann. Bei unseren Kunden ist es so, dass sie im Prinzip planbar über gewisse Sichtbarkeiten in der Online-Präsenz dafür sorgen, dass sie jetzt zum Beginn des Jahres 2022 schon Hochzeitsaufträge annehmen für kommendes Jahr, weil sie dieses Jahr halt schon ausgebucht sind. Ich meine, als Hochzeitsfotograf oder Filmemacher ist deine Arbeitszeit sowieso sehr eingeschränkt, weil die meisten Hochzeiten im Sommer in einer gewissen Saison stattfinden, zudem auch an so Tagen wie Freitag oder Samstag üblicherweise. Und natürlich kannst du gerade, wenn du das Ganze alleine machst oder vielleicht zu zweit mit einem Geschäftspartner, nur bestimmte Termine annehmen. Und demzufolge ist es auch gar nicht so schwierig, seinen Kalender zu füllen, denn meistens sind es ja pro Monat dann nur vier Wochenenden, maximal fünf, die in Frage kommen, um überhaupt gebucht zu werden. Das heißt also, für dich ist es sehr, sehr wichtig, dass du schaust, bist du wirklich für Kunden, die dich brauchen, sichtbar? Und zwar auch schon im Vorfeld. Nicht erst eine Woche vor der Hochzeit, wo ihnen einfällt, oh Gott, wir haben noch gar keinen Fotografen, sondern auch schon ein Jahr vorher, wo die ganze Planung beginnt, für Paare, die verlobt sind, die vielleicht noch nicht ganz so konkrete Vorstellungen haben, dass sie dich dann schon immer wieder regelmäßig sehen können, um zu gegebener Zeit wirklich zu wissen, auf wen kann ich zugehen? Wer macht Bilder oder Videos, die mir gefallen? Wen möchte ich auch auf meiner Hochzeit haben, der das Ganze, diese wertvollen Erinnerungen und Momente festhält? Und wenn du generell ein bisschen unsicher bist in deinem Geschäft, was die Preise angeht, wie sollst du das Ganze staffeln, wie sollst du die Website konkret aufbauen und so weiter und so fort, dann informier dich darüber und zwar frühzeitig und nicht erst, wenn es zu spät ist. Denn jetzt im Moment ist es so, dass super viele Fotografen und Filmemacher am Markt sind, die sich dort tummeln und die quasi darum kämpfen, jetzt die ganzen Anfragen entgegenzunehmen. Und wenn du es bisher nicht geschafft hast, da mitzuspielen, dann wird es jetzt extrem schwierig, noch den Anschluss zu finden. Unmöglich ist es natürlich nicht, aber was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du von Anfang an gut aufgestellt sein musst. In der Zeit, wo vielleicht alle schlafen oder der Markt ruhiger wird, das ist der Moment, in dem du handeln musst. In dem du Zeit hast, um deine Website zu überarbeiten. In dem du Zeit hast, Portfolio auszusortieren. In dem du Zeit hast, dein Angebot zu überarbeiten. In dem du Zeit hast, dir Gedanken konkret über die richtigen Preise zu machen. Und wenn du generell nicht so richtig weißt, was angemessene Preismodelle sind, ob man pro Bild oder in Paketpreisen abrechnen soll, dann verlinken wir dir hier gerne mal ein Video, wo du genau das nochmal nachschauen kannst. Bei unseren Kunden ist es so, dass sie gezielt über zum Beispiel Online-Werbung sichtbar sind. Und zwar ständig. Nicht nur für Kunden, die jetzt heute einen Bedarf haben, sondern auch für die Kunden, die den Bedarf mit der Zeit erst entwickeln. Und genau dadurch ist es dann eben möglich, planbarer zu agieren. Stell dir mal vor, du hättest dieses Jahr schon den kompletten Kalender für Hochzeiten ausgebucht und könntest jetzt schon mit der Planung für das Jahr darauf beginnen. Das ist nicht nur für dich als Fotograf persönlich wichtig, sondern vielleicht, wenn du das Ganze hauptberuflich machst, auch für deine Familie und dein Umfeld. Denn du bist ja schließlich dafür verantwortlich, auch ein sicheres Einkommen reinzubekommen. Und das Ganze funktioniert nur, wenn du vorne im Marketing planbare Strukturen einfach an der Hand hast, die du für dich nutzen kannst, um auch wirklich mit Sicherheit sagen zu können, das passiert in den nächsten drei Monaten, das in den nächsten sechs und das vielleicht nächstes Jahr. Ein passendes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch unser Kunde Michael Gröger. Ich verlinke dir hier mal ein Video, wo du ein Interview mit ihm siehst, wo wir darüber sprechen, wie es aussehen kann, wenn ein Hochzeitsfotograf richtig durchstartet. Er hat durch unsere Zusammenarbeit alleine in einem Monat über 100 Anfragen bekommen für Hochzeiten. Und dann musste ich irgendwie reagieren. Also da gab es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich werfe alles hin oder ich probiere das jetzt aus. Und dann haben wir gesagt, wir setzen das jetzt alles auf diese eine Karte mit dir und probieren das aus. Hat ja funktioniert. Ja, es hat sehr gut funktioniert. Weißt du, wie viele Anfragen wir bisher gewonnen haben gemeinsam? Ich glaube, über 100. Richtig. Ich habe jetzt auf dem Weg hierhin auch sogar noch vier Stück generieren können im Zug. Aber es müssten jetzt so 104 oder 105 gewesen sein. Und wenn du dich vielleicht im Vorfeld gefragt hast, wie soll das denn funktionieren, dass man vielleicht im Februar oder März schon für dieses Jahr ausgebucht ist und Anfragen für nächstes Jahr annimmt, dann schau dir sehr gerne dieses Interview an. Denn das ist bei ihm mittlerweile Gang und Gebe. Dass er wirklich nicht mehr kurzfristig sich von Auftrag zu Auftrag hangeln muss, wie das ja bei sehr vielen der Fall ist, sondern es ist einfach viel strukturierter und planbarer möglich. Viele Fotografen kennen diesen Zustand gar nicht so richtig, weil sie sich das Ganze ursprünglich mal über das persönliche Netzwerk aufgebaut haben. Dann kamen Empfehlungen dazu, als die Bedingungen vor zwei Jahren quasi noch normal waren, war es ja auch häufig so, dass man im Prinzip mit einer Handvoll Kunden schon wieder die nächsten Aufträge drin hatte, weil man auf Hochzeiten unterwegs war. Die Schwester der Braut, die Trauzeugin, die Freundinnen oder wer auch immer haben das Ganze gesehen, einen angesprochen, man wurde weiterempfohlen in der Familie oder in diesem Umfeld und hat dann schon wieder die nächsten Buchungen bekommen. Das ist natürlich schön, aber auch das ist nicht planbar. Auch das ist nichts, womit du fest kalkulieren kannst. Und wenn du dir ein System aufbaust, so wie unser Kunde Michael Gröger zum Beispiel, dann kannst du mit Sicherheit sagen, ich brauche jetzt gerade zum Ende des Jahres neue Anfragen für den Anfang der Saison für Hochzeiten oder ich brauche konkret im Winter andere Art von Aufträgen, vielleicht Paar-Shootings, Outdoor oder, oder, oder. Also Möglichkeiten gibt es da ja viele. Und sowas ist eben nur möglich, wenn du dir von Anfang an feste Strukturen aufbaust und dir auch die Zeit dafür nimmst, da etwas Aktives zu tun. Natürlich ist das am Anfang erstmal Zeit, die du nicht damit verbringen kannst, bei einem Brautpaar zu sein oder ein Shooting zu machen, aber es wird sich langfristig für dich extrem auszahlen. Also wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wie sowas auch in deinem Fall aussehen kann, dann trag dich sehr gern bei uns über die Website ein unter www.edmund-rätsel.de und dann können wir gerne gemeinsam mal schauen, was du als nächsten Schritt machen kannst, falls du vielleicht ein bisschen spät dran bist oder selbst wenn dein Kalender schon zur Hälfte gefüllt ist, wie man das Ganze dann entsprechend auch für kommendes Jahr noch steigern kann. Wir freuen uns von dir zu hören.